Da wird jetzt von mir gerannt. Nur noch einmal von mir gerannt. Was mach ich denn da? Ich weiß doch mal wie du so recht hast. Den save ich nicht an, den muss ich save. Du bist aber dreimal oder so vorbeigefahren. Ja, du bist trickiger. Ah, ich hab den nicht so reingemacht. Warum wartest du nicht? Weißt du was denn Spieler ich will? Oh mein Gott. Den nehme ich nicht, den will ich nicht haben. Oh mein Gott. Was mach ich denn da? Nein. Der geht aber nicht rein. Ah, aber bei uns. Was macht denn der Typ da? Ich denke der spielt gegen die Box oder was? Nein. Warum fliegt der so dumm? Krass abgewehrt oder? Sei einmal ehrlich. War knapp ja. Natürlich ist das meiner. Ich helfe dir doch. Oh mein Gott. Wir haben dich vergewaltigt. Du hast dich voll gegen mich geschleudert zwischen mich und dich eingeklemmt. Du hast ihn nicht reingemacht. Guck mal wie du ihn reingemacht hast, der Idiot. Oh mein Gott. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Tja. Mach doch kein Augenblick. Was machst du denn so? Ich hab ihn nicht. Ich hab doch gesagt. Das war nicht geplant. Ich wollte ihn gar nicht treffen. Ich wollte weg von dem Ball. Wie ich dir hab doch gesagt hätte es nicht drin. Alter ich hätte Tor gemacht. Ich hätte so ein Tor gemacht. Das war so ausversehen. Aber warum krieg ich keine Glanzparade? Ja dann Digga. Ah doch. Das war du. Aydin. Aydin. Digga das ist dein Ball gewesen. Ja Moin ich war bei dir. Ne warte mal. Aber warte mal ich wollte den Ball haben. LKW wäre schneller hinterher gekommen als du Digga. Ne aber du nervst nicht weil du einfach die ganze Zeit mich nervst. Ja achso. Ja okay. Ja gibt's Sinn. Oh mein Gott. Ja Digga das. Nervst mich weil du mich nervst. Mh mh. Aydin deiner. Safe. Weil ich hol mir den Bus dir. Ich hol mir den Bus. Ich hab mal daneben gefahren. Oh Digga. Ich hol mir den Bus. Warte. Wie vorsichtig. Du bist richtig langsam gefahren damit du. Komm lass mich durch. Ich mach nie rein. Okay. Ne du sollst hinfahren. So ein Frame jetzt. Ja jetzt wissen die doch das. Du bist richtig dumm Digga. Du bist richtig dumm weißt du das. Du bist richtig dumm. Du bist einfach richtig dumm. Was hast du gesagt? Das ist doch der Trick dass du so pust als ob du den Ball bekommst. Das ist doch ein Trick an der Sache. Eigentlich hab ich nicht dumm. Okay lass ihn durch diesmal richtig. Ja ne ich gleich din. Nein, total, wo bist du denn? Lebst du überhaupt noch, Digga? Spielst du überhaupt noch mit? Nein, nein, nee, auf keinen! Ja Digga, ich zieh runter vom Go-3, Digga, ich hilft doch einfach nicht. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho, wie traurig, hehehehe Was soll ich nie sagen? Heheheh Ha, wo warst du denn gerade, Digga, bitte? Erklär mal, wo? Ja, ich spiel, ich versuch so wie du zu spielen. Das ist nur möglich, hehehehe Aber der war den Boost, geil ist gar nichts in dem, weil der steht da bestimmt noch. Was, du lachst? Ich bin einfach gut, komm mal, ich fass mich mal die ganze Zeit an. Ja, richtig gut. Entschuldigung, ich bin einfach anderer Seite vom Spielfeld. Ne, aber der Ball war gut. Oh, Digga. Ich bleib mir einfach stehen, ich bin mir mit komplett, ist mir egal. Hab ihn. Digga. Du machst dir bei den ganzen Train, ich merk das schon, ich weiß ja nicht, ihr zu dritt seid. Ist das dein Komplize? Ich wollte ihn weg, aber... Oh, Abi, du bist auch vorangepumpt. Mit 400k. Mit 400k. Mit 400k. Erster Kontakt. Das bringt dir nix, dann einfach schreist du mich. Doch, ich hab Punkte. Ich hab auch noch mehr Punkte als du. Das bringt, das ist mir egal, Punkte jungen mich nicht, ich jungen die Tore hier, die du nicht machst. Warum hast du nicht mehr Tore? Kann man jetzt spawnen? Sehr schön. Ne, ich bin einfach gut, weißt du doch, deswegen trau ich dir. Na, nein. Wie viele. Wie viele. Wie viele.